Dieses Rennen, zweite Abteilung der Anfängerklasse. Du steuerst Grazia Olderson, die Schwester zur Zorba Olderson. Wie sind die Arbeitseindrücke? Grazia Olderson hat gut gearbeitet. Darum bringen wir sie auch jetzt an den Start. Sie hat die längere Zeit ein bisschen Probleme, noch das Winterkleid, die Winterhaare loszulassen. Aber jetzt ist es ziemlich abgeschlossen. Jetzt bringen wir sie an den Start, werden wir ein Aufbau-Rennen geben. Dieses Rennen ist nicht leicht. Es sind ein paar sehr gute Pferde drin, mit Orlando Jett, Rudi Haller oder Maidan, Detlef Fleischer. Ich glaube, die sind sehr starke Pferde. Besonders der von Rudi Haller, den habe ich gesehen in der Quali. Da hat er mir einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht. Doch dahinter, glaube ich, ist alles möglich. Und ich glaube, Grazia Olderson wird als zweiter, dritter aus dem Rennen kommen.